Das nächste Stück zu dir selbst beschreibt einen Höheflug wie der des Ikaus. Der zu hoch geführt ist, zu viel wollte und abgestürzt ist und diese Prägung im Leben, dieser Absturz ist aber auch als Kostbares im Laufe der Zeit praktisch auch zu der Tiefen führt, die ein Leben ausmacht, die auch diese Intensität des Lebens spürbar werden lässt. Das ist auch eine Schönheit, also nicht nur, dass es den Leid bedeutet, sondern auch eine intensive Erfahrung fürs Leben. Das ist auch eine Schönheit, also nicht nur, dass es den Leid bedeutet, sondern auch ein Leben ausmacht, die auch diese Intensität des Lebens spürbar werden lässt. Das ist auch eine Schönheit, also nicht nur, dass es den Leid bedeutet, sondern auch ein Leben ausmacht. Das ist auch eine Schönheit, also nicht nur, dass es den Leid bedeutet, sondern auch ein Leben ausmacht. Das ist auch eine Schönheit, also nicht nur, dass es den Leid bedeutet, sondern auch ein Leben ausmacht. Überall auf eine andere Welt zu schweben ist, ja, ja, ich sag dir, ich werde zurückgeben, werden berichtet von dem, was ich hier sehe, in der Anfang und Beginn und der Grund von allem Leben. Ein Mensch bin ich und kann nur menschliches leben, ohne Flügel, die abgeschmolzen sind. Ohne Sprache wie ein kleines Kind, zu dem Sein, das dich am Leben hält. Zu dir selbst, zu dir selbst. Ohne Flüge, die abgeschmolzen sind, ohne Sprache wie ein kleines Kind, zu dem Sein, das dich am Leben hält. Ohne Flüge, die abgeschmolzen sind, ohne Sprache wie ein kleines Kind, zu dem Sein, das dich am Leben hält. Zu dir selbst. 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 Vielen Dank.